Dieses Zeitthema ist zum Beispiel für mich auch so ein Riesending, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, was ja Quatsch ist. Wir haben alle dieselbe Zeit am Tag zur Verfügung. Also liegt der Fehler an einer anderen Stelle, dass ich mir das vielleicht von Anfang an zu vollpacke. Und ich fand es so gut, was du gesagt hast, ich fühlte mich so ertappt. Also die Frage ist, wie wichtig ist das gerade wirklich? Du hast geschrieben, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, so leicht zwanghafte Züge. Da dachte ich so, oh ja, das kenne ich. Also dass ich so denke, nein, ich muss das jetzt aber erst noch machen. Und dann man so denkt, eigentlich ist es total egal. Und wenn die Wäsche bis morgen da hängt, was genau passiert dann? Nichts.